B0456 ist ein Diagnosefehlercode für EVAP-Control-System leak-detektet. Unter diesen Umständen ist das Fahren über kurze Strecken zulässig, Ihr Fahrzeug sollte jedoch so schnell wie möglich repariert werden. Dies bedeutet, dass das EVAP-System jetzt mit einem sehr kleinen Leck erkannt wird und normalerweise einen Durchmesser von weniger als 0,02 Zoll hat. Wenn Sie den Fehlercode beheben möchten, sehen Sie sich dieses Video an, um ihn kostengünstig zu beheben. Sie können auch gerne unten Kommentare hinterlassen, unsere Mechaniker werden Sie in Kürze beantworten. Vergiss nicht, unseren Kanal zu mögen und zu abonnieren. Nochmals vielen Dank für das Ansehen dieses Videos.